In unserer Videoreihe Wie einfach ist das denn? wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie mit Ihrem Autodesk-Produkt und mithilfe der Autodesk Cloud A360 Viewer noch effektiver arbeiten können. In diesem Film sehen Sie, wie Sie mit Autodesk Nervisworks und dem Autodesk A360 Viewer komplexe 3D BIM-Modelle direkt in Ihrem Browser betrachten und so in verteilten Teams arbeiten und Daten analysieren können. Unser Architektur-Modell wurde in Autodesk Nervisworks aus unterschiedlichen Quellsystemen wie Revit, AutoCAD, MicroStation zusammengeführt. Wir wollen unser Architektur-Modell Dritten zur Betrachtung zur Verfügung stellen. Wir speichern unser Modell einfach in einer Nervisworks-Datei auf unserem Desktop ab und öffnen den Autodesk A360 Viewer direkt über unseren Internet-Browser. Nun können wir bequem via Drag & Drop unsere Nervisworks-Datei in den A360 Viewer laden. Der A360 Viewer ist eine Web-Applikation, die mehr als 50 CAD-Dateiformate einlesen kann. Neben den Autodesk-Formaten können zum Beispiel auch Daten von CATIA, Solidworks, aber auch STL, IGES, STEP etc. eingelesen werden. Die genaue Liste kann man sich im Viewer ansehen. Wir haben im Viewer verschiedene Möglichkeiten. Die Befehle wie Zoom, Pan, Drehen, Schnittanalyse oder Messen stehen uns im Viewer zur Verfügung. Des Weiteren können wir durch das Architektur-Modell gehen und uns so das Innere ansehen. Diese Funktionalität steht jedem Benutzer zur Verfügung. Wir wollen nun unser Architektur-Modell zur Beurteilung Dritten zur Verfügung stellen. Wir melden uns mit unserer Autodesk-ID am Viewer an. Jetzt können wir Kommentare eintragen und erhalten einen Link zum Architektur-Modell, den wir kopieren und an Dritte versenden können. Der versendete Link wird vom Dritten in seinen Browser kopiert. Das Architektur-Modell wird angezeigt. Innerhalb des Viewers stehen die gleichen Funktionen für den Dritten zur Verfügung. Auch der zuvor eingegebene Kommentar ist zu erkennen. Der Dritte erhält so einen guten und schnellen Eindruck des Architektur-Modells. Wie Sie gesehen haben, ist dies eine schnelle und einfache Möglichkeit, Daten anderen zur Verfügung zu stellen. Und das Beste daran, Sie müssen keine zusätzliche Software installieren und können sofort loslegen. So einfach ist das.